ja hier in gradat nach egal die musik ist lol der eben gerade jungen gesagt nachher episch ach du scheiße ist das eine geile musik alter zieht euch mal den background rein umherwandelnde seelen die musik ist cool und gleich mal vier stück noch und hier ist eine bombe das land ist mir gleich sympathisch schon allein von der musik er jetzt zieht euch die rein mann alter geil das gehört wahrscheinlich zu meinen lieblingslevel ich wusste nicht mal mehr welches mein lieblingslevel als kind aber ich glaube das war es jedes level eine überraschung hier in diesem spiel geil ich wusste dass die fischer wieder kommen deswegen bin ich extra gesprungen diesmal ist hier unten wieder nur was mit edelstein ist hier was nö sieht nicht aus macht kaputt macht kaputt so alter die musik alter ist die geil die würde mir glatt als ein pennen musik nehmen alter ist die episch geht gar nicht ich finde die richtig geil am liebsten würde ich die ganze zeit jetzt während des rest des parts meiner klappe meine klappe halten oder zumindest für den rest dieses levels und ihr solltet euch einfach den soundtrack reinziehen aber dann wäre es kein let's play mehr also halte ich so weit es gehen meine klappe und sagt ab und zu einfach mal was ok also ja ok die was müssen wir aktivieren ich aktiviere einfach beides ja schnelle sache oh gott hätte in die hose gehen können glaube ich solchen ist kaputt kriegen sie noch was was zum stromstecker ok die wandelnden seelen wieder und wir sind wieder am anfang scheint ja ach so genau jetzt müsste jedoch da was aktiviert worden sein genau los komm her wow da ist sogar eine böse kugel dran böse sie beißt ok ok super ich weiß nicht warum die erinnert mich gerade an wenn sie zu sehen mit monstermenschen naja gut haben es jetzt sind wir schon wieder hier hätte das so eine geile stelle die mehr mehr kommt irgendwas noch hallo aha ah ja yay zack und zack folge den edelsteinen und nochmal runter und runter und hier ein hin das ist niedlich naja egal naja egal zack frappieren er ist zu ende er fängt wieder von vorn an alter wie lange geht es noch mal irgendwann nervt hallo alter langsam also so wirklich langsam gib mir das ist auf den zack walter hat das überhaupt man ende du 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 nirgends alter nee die lachen aha aha wir haben es geschafft okay ich frage mich immer noch wo könnte die gießkanäle sein wo sind wir hier beim friedhof guck runter denn da wirst du auf geknallt ja nein nein okay das portal ist verhindert die ballon die komisch diese stelle irgendwie bekannt vor mir nicht komm schon als fährt du kriegst es naja jetzt ist das ding hier frei aber ich brauche immer noch die gießkanne scheiße man das ist doch jetzt will ich schon wieder war man hat wehgetan ach die stelle schon wieder warum kommt die mir so bekannt vor geht das ab wie zäpfchen hier geile scheiße okay nein das war knapp man das war knapp man sehr knapp 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 was ist ein knapp 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 ich kenne nur flap flap aber eben seines ist jetzt mal ehrlich warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht jetzt kann ich ja den ganzen weg wieder machen wenn ich dies keine gefunden habe aber ich sollte sowieso erst die gießkanne gewinnen wo ist gießkanne frau gießkanne wo sind sie abgeblieben hier noch was nein hier ist natürlich nichts mehr ach so ich habe eben geguckt what the fuck meine stoppe spielte auf einmal verrückt aber das war dann nur doch sonneneinblendung also entschuldigung für das kurze afk sein naja zwei sekunden geistesabwesen ist besser okay es ist hier hier sind wieder die scabber ist ne genau na ja hier waren doch nur wirklich edelsteine man das doch nicht mehr na ja und zum zweiten mal ist der soundtrack zu ende gegangen oder schon zum dritten mal ich weiß es nicht je was kaputt was tot am wo wo am voll einen kinder hatten verpasst hier wo könnte gießkanne sein mh das sieht irgendwie verdächtig aus oder vielleicht auch nicht ja 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 wir haben es verstanden ach so ja stimmt kennen wir ja schon zack biau biau ja wir haben das tik tok taktik tok verstanden biau 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 bia Okay, hier ist nichts. Leider, leider. Leider, leider. Leider. Hier ist nur ein Ei. Und das Ei interessiert uns gerade nicht. Oder herzlichst wenig zumindest. Ich habe ja nicht mal einen blassen Schimmer, wo das sein könnte. Die Gießkanne. Keinen blassen, gerade. Keinen blassen. Tack. Ähm. Also. Na. Trottel. Ich bin ein Trottel. Hm. Nein. Wehe. Wehe, Alfred. Wehe. Wehe. Oh, was zum... Jetzt kommt es fehlen. Jetzt kommt es dicke. Genau, das kannst du, Alfred. Yay. Aha, aber ich habe was, glaube ich, entdeckt. Na? Oh, wow. Ein Extra Life. Und, was ist das? Was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe das noch nie entdeckt bisher. Was ist das? Yay. 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 Ich freue mich gerade wirklich voll. Äh. 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 Was ist das? Ich erinnere mich ja gar nicht daran, ey. Gar nicht. Kein Stück. Kein. Ach, egal. Er spart uns so einiges. Gut. Wehe, ich sterbe. Bum, 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 bum. Ich erinnere mich kein Stückchen mehr daran, an diese Gegner. Oh. Ganz toll. Ja. Ja. Gut. Beeilung, 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 beeilung. So. Jetzt aber schnellstens zum Ende. Komm mir. So, und zack. Yay 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 yay. Yay. Tap, 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 tapp, 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 tapp. Wie viele Level erwarten uns wohl noch. Aber erst mal episch. regenbogen wir sind bei dem friedhof angekommen oh mein gott hat angst wer baut schon bitte ein friedhof in 700 metern höhe level 8 ich glaube das spiel hat nur zehn level oder so naja wir werden ja sehen welche welchen paar sind ich glaube hier ist ein paar vier und das wie es kann das sind wieder solche blöcke das heißt wir müssen ein Fragezeichen Schalter wieder finde toll das kann ja was werden Jey aber das sieht mir aus wie ein niedliches Level von der Musik allein schon her Jey Jey ach ich mag diese süße Musik 9 könnte die ja nicht auch davon davon sofort einschlafen ich finde die Musik so süß oh gott oh gott hau ab hier aha wenn wir das aktivieren geht es nach oben kurz aber ich glaube das kommt auch wieder runter oder ja es kommt wieder nach oben ja und jetzt geht es wieder nach äh und hä was war laber ich denn da also es geht kurz nach oben und dann kommt es wieder runter und dann wenn wir es wieder aktivieren geht es wieder nach oben stürp weg da ganz genaue Sägeblätter wow aha was zum das kann man schrecken gut Jey Schalter oh gott ey ich erschreck mich jedes Mal was zum wah ah solche Arten gibt es von euch also auch die seitwärts fliegen wöö wöö wö 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 nein Alfred das geht doch nicht jetzt mal ernsthaft wö 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 mann alfred mann geht doch nicht jetzt gehe ich wieder nach rechts dreh dich so war nein 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 genau okay ganz vorsichtig der fragezeichen schalter cool das heißt wir haben die gs kann in diesem level sicher guck mal nach unten alfred sehr spooky so muss noch ein leben das war eben verloren haben wir wissen noch nicht mal wie der endgegner in diesem spiel aussieht oder so also kein detail kein bisschen wir wissen nur unsere freundin wurde verschleppt und wir müssen sie retten und das war verdammt knapp ja ja oh gott und noch eine hand dazu gruselig und abwärts extra ja gut war hier nicht irgendwo die war doch hier ganz unten die giskanne dann ja ganz vorsichtig zu sichern ja 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 ganz schnell jetzt so ja genau wir haben die giskanne auf unserer seite ballon einer fehlt uns noch wir sind auf einem guten wege aha hier geht's auch noch lang ich glaube das schaffen wir noch in diesem part wenn wir gut sind ja ja super platz oh wow da kommt doch sicher auch was im hintergrund oder es sieht doch schon so so keine ahnung so aushalten höhe gott nein du sauer so jetzt aber okay sieht gut aus für alfred er kommt seiner freundin immer näher und die epische katzen dürfen uns natürlich nicht entgehen lassen und ich sage sehr oft episch ich weiß aber ist halt nun mal nichts anderes wird es hier schreckt sich voll abbelevel 9 und ja im nächsten geraden essen waren bei level 9 und eventuell auch level 10 kommt drauf an ob level 10 schon der endgegner ist weil wenn dann dann kriegt da ein extra part gewidmet Gut, also. Ja, aha. Im nächsten Part dann erstmal Level 9. Und, oh Gott. Bitte lass es die letzte Gießkanne sein. Puh, also. Ciao, Freunde.